Was hast du damals getan, was du nicht hättest tun sollen? Das und das, dieses und jenes, warum hast du es nicht getan, weil ich Angst hatte? Warum hattest du Angst? Weil ich nicht sterben wollte, sind andere gestorben, weil du nicht sterben wolltest? Ich glaube ja, ich glaube ja. Hast du noch etwas zu sagen zu dem, was du nicht getan hast? Ja, dich zu fragen, was hättest du an meiner Stelle getan? Ja, das weiß ich nicht und ich kann über dich nicht berichten. Nur eines weiß ich, nur eines weiß ich. Morgen wird keiner von uns blieben bleiben, wenn wir heute wieder nichts tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.